Scheinbar wurde das Far Cry 6 Release Datum geleakt, das und mehr zu den DLCs in diesem Video bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Fragnath, hier auf dem Channel dreht sich alles rund um Open World RPGs, aber auch Games wie Far Cry. Far Cry 5 war ein mega großes Ding, das hier ist mein Zweitkanal, herzlich willkommen hier. Hier behandle ich Glitches, Leaks und so weiter, Dinge die vielleicht nicht so auf meinen Hauptkanal passen. Ja, zu Far Cry 6, da haben wir jetzt ein Release Date Leak und zwar ist das Ganze, ich mache die Spannung nicht groß, angeblich laut eines niederländischen Shops hier, an den belgischen Shops, der 30.04.2021. Und das kommt in Frage, denn Ubisoft hat Far Cry 6 ja verschoben auf ein bislang unbekanntes Datum und dieses unbekannte Datum musste im Fiskaljahr 2021 sein. Und das beginnt am 1.04.2021 und endet am 31.03.2022. Das ist deren Release Schedule quasi, in dem mögliche Releases dann sind in diesem Jahr. Und Alternative wäre Ende März oder Februar 2022 meiner Meinung nach, denn Far Cry ist immer ein Release Datum gewohnt, was tatsächlich dann so in Richtung März liegt. April vielleicht, vielleicht im Februar, aber im Regelfall nicht im Dezember oder November. Und deswegen können wir uns, glaube ich, freuen auf einen Far Cry relativ zeitnah. Ich kann es mir vorstellen. Da bin ich ehrlich, ist aber natürlich nur ein Leak aus einem Shop. Und deswegen heißt es nicht, dass es stimmt oder es heißt nicht, dass es nicht stimmt. Es könnte einfach sein. Es liegt im Rahmen der Möglichkeiten. Außerdem haben wir noch einen weiteren Leak und zwar zu den DLCs. Und das finde ich besonders spannend. Und ich habe ja Far Cry 5 auf meinem Hauptkanal sehr ausgiebig thematisiert. War ein großes Ding für mich. Und deswegen wird Far Cry 6 hier auf jeden Fall auch ein Thema. Also es soll auf jeden Fall einige DLCs geben. Zu dem Leaker sind keine Informationen bekannt. Er meint einfach nur, ey, mir hat das jemand gesagt. Ich erzähle es euch jetzt. Ja, mehrere DLCs gab es bei Far Cry eigentlich meistens. Kostenlose neue Patches gab es zum Beispiel bei Far Cry 5. Diese Live Events. Dann gab es aber auch die drei DLCs. Wir hatten das Mars DLC, das Zombies DLC und das Vietnam DLC. Alle drei mit komplett unterschiedlichen Settings. Und das unterstützt die These, die er hier nochmal hat. Er sagt, ja, DLCs, die machen die früheren Villains, die früheren Bösewichter spielbar. Und das finde ich einen besonders spannenden Ansatz. Angeblich sollen was der Villain aus 4, weiß nicht, warum er ihn nicht Pagan Min nennt, und natürlich der Monsieur Seed, der Vater. Der wird auch spielbar sein. Das fände ich geil und ziemlich cool, muss ich sagen. Also einfach mal die alten Bösewichte spielen. Das fühle ich auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was sagt ihr dazu? Würdet ihr das fühlen? Wie gesagt, es ist nur ein Leak. Das bedeutet, das Ganze ist nicht bestätigt, nicht falsifiziert. Es hat einfach nur jemand hier gepostet zu den DLCs. Das im Webshop hat schon eine andere Güte. Es gab aber auch im Xbox Store zum Beispiel den 25. Mai als Releasetag, was ich zu spät finde. Also die Videospiele von Ubisoft kommen im Regelfall nicht im Sommer raus, außer es sind Indie-Titel. Dann schon. Der Sommer ist für Ubisoft meistens so ein Zeitraum, wo vielleicht mal DLCs rauskommen können. Aber that's it. Da kommen keine großen Titel raus. Da kommt nichts raus, wo man sagt, ey, darauf haben alle gewartet. Das sind dann eher so Oktober, November oder eben der März, der April. Der kommt auch noch gut in Frage. Ja, auf jeden Fall eine spannende Entscheidung, dass wir das Ganze hier aufs nächste Fiskaljahr geschoben haben. Es könnte den Hintergrund haben. Ja, und jetzt muss man natürlich wieder einen Ausflug machen in die Finanzpolitik, dass die Aktionäre halt eine nette Dividende wollen. Auch im nächsten Jahr, in 2021. Und das könnte darauf hindeuten, dass eventuell diesen Herbst kein großer Ubisoft-Titel auf uns zukommt. Ich bin nämlich sehr gespannt, was Ubisoft diesen Herbst releasen wollen würde. Vielleicht erfährt man das Ganze auf der Gamescom. Ich habe ja immer noch so eine kleine Funken Hoffnung auf eine Gamescom. Er hatte gestern nochmal mit dem Ren Kühn von Serienflash, einige kennen ihn vielleicht, gesprochen darüber. So, ey, wann sieht man sich mal wieder? Gamescom wäre ja cool. Und er meinte tatsächlich, jo, vielleicht findet die statt. Es könnte wahrscheinlich sein. Und das würde ich mega feiern. Das heißt, vielleicht sieht man sich dann auch auf der Gamescom. Aber das war gar nicht das Thema. Genau, wir hatten darüber gesprochen, dass eigentlich im Herbst ja noch dann irgendwie ein krasses Release fehlt. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf, was Ubisoft da rausholen möchte. Denn ja, tatsächlich muss man einfach sagen, die Releases, die sind natürlich jetzt nicht allzu stark. Far Cry 5 war einer der stärksten Titel von Ubisoft in letzter Zeit. Ja, das war da und das war krass. Aber ich weiß nicht, ob der sechste Teil da wieder anknüpfen kann. Denn es war ein Überraschungshit. Und Überraschungshit, naja, sind halt überraschenderweise cool oder gehen halt unter. Und ich könnte mir vorstellen, dass es im Zweifelsfall sogar untergeht mit Far Cry 6. Je nachdem, wann es rauskommt. Aber ich denke, Corona macht da vieles möglich. Und ja, April halte ich für sinnvoll. Die DLCs, muss ich sagen, das wird mich mega anbocken. Also einfach mal als Pagan Min zu spielen, als Wars zu spielen, als Monsieur Vater zu spielen. Wie heißt der nochmal? Ich glaube, Joseph, oder? Nicht John. Ich glaube, es war Joseph Seed. Ich komme da immer durcheinander. Das finde ich schon eine geile Sache, ehrlich gesagt. Und die dann nochmal mehr kennenzulernen. Das waren ja nicht umsonst. Die Bösewichter, die haben immer Far Cry ausgemacht. Die waren so charismatisch. Man wollte eben diese Bösewichte mehr kennenlernen. Man wollte eben da tiefer reinsteigen in die Thematik. Und eben mehr mit ihnen zu tun haben. Und ich glaube, dass das eine große Chance ist, auch für Far Cry als Franchise. Wenn man sagt einfach, ey, wir stellen die jetzt noch weiter vor. Ich bin gespannt, von euch zu hören. Was denkt ihr darüber? Denkt ihr absoluter Humbug oder nice? Schreibt es mir unbedingt hier unten in die Kommentare. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr gerne weiterhin auf dem neuesten Stand bleiben möchtet. Bis später, euer Peter. Und natürlich gerne nochmal die Glocke aktivieren. Bis daher auch. Ciao, Leute.